Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramz ist der Dicke. Eine neue Folge Pokémon GO. Es ist soweit, die Raid-Bosse haben wieder gewechselt. Ich stehe jetzt hier, möchte einen Community-Raid machen. Normalerweise stelle ich euch ja immer hier hin, wenn wir den Raid am Stadtwappen machen. Jetzt haben die da einfach einen Gitter dran gemacht. Ich weiß nicht warum, 10.000 Jahre ging das gut. Dann konnte ich die Kamera da abstellen. Ich stand hier, ich habe unser Ding gemacht. Jetzt haben sie es eingezäunt. Das ist zu gefährlich. Sieht aber auch aus. Guck mal wie brüchig das ist. Das sah sonst nie so schlimm aus. Katagami und Kaguron sind in den Raids als Ultra-Bestien vom Typ Stahl. Aber Kataguron, oder wie der heißt, der ist nur da wo wir nicht sind. So erkläre ich es jetzt. Und wir kriegen wahrscheinlich Katagami. So richtig weiß ich das nicht, ob das jetzt stimmt. Und die sind auf jeden Fall aufgeteilt auf Nord und Süd halb Kugel vom Äquator. Ich dachte, ich kann zwei Community-Raids heute machen und dann Dienstag und Donnerstag zweimal Raids für Zuschauer jedes einmal. Aber wir haben wahrscheinlich nur den kleinen hässlichen Papierflieger, der so klein ist. Das seht ihr aber gleich im Raid. Ich gucke jetzt erstmal, wen wir einladen müssen und wo wir uns überhaupt hinstellen. Und dann reden wir über Konda, über alles andere. Und vielleicht ist ja ein gutes dabei. So, in einer Minute 44 geht der Raid auf. Ich will mal ganz kurz zeigen, wen wir jetzt einladen zum Community-Raid. Mein Kanal, Community, 11.20 Uhr, Ultra-Beast, Community-Raid. Ich wusste ja nicht jetzt vorhin, wer es ist. Deswegen habe ich einfach eine Ultra-Beast geschrieben. Fernrade, Go-AMK, Shenaya, Hikaru, Trainer, Sir-Ups, Miku sind fünf auf dem einen. Henry, Nicky, Black Trains, Gussi, Dared, Schnitzelmann, Karsten sind fünf auf dem anderen. Der Rest kommt zu spät. Und wir haben auch noch eine Konda-Übersicht gepostet. Leider stehe ich hier mitten an der Straße, da ist ein bisschen lauter. Das wäre Cargoron gewesen. Da seht ihr schon, nützlich ist, wegen seinem Flugtyp, nützlich wäre Elektro- oder auch gegen den Stahl-Typ Feuer. Weil wir aber Katagami haben, und das ist eine Pflanze, wo Feuereffektiv ist, und das ist Stahl, wo auch Feuereffektiv ist, könnte man zwar trotzdem mit Kampf angreifen gegen den Stahl-Typ, aber am sinnvollsten ist einfach Feuer, weil das gegen beides effektiv ist. Hier werden auch Konda angepriesen, wie Flampivian, Rigi-Ram. Jetzt ist einfach der Bildschirm schwarz geworden, dass man gar nichts mehr sieht. Hier ist Skellabra angezeigt noch. Ho-Oh ist da, Lavados ist da, Logok ist da. Ich weiß gar nicht, was ich habe. Ich werde jetzt einfach draufgehen, werde mal gucken, was es in die Vorauswahl nimmt, werde damit dann draufklopfen. Das mache ich mal leiser. Das ist gar nicht das, das ist das andere. Das andere mache ich leiser, okay. So, wir machen natürlich wieder eine private Gruppe. Gucken jetzt mal, wie der aufgeht. Ist eine rote Arena, rote Arena und Feuer-Pokémon. Rotes T-Shirt, Straight Outta Budapest, passt alles zusammen. Katagami ist da. Die WP habe ich mir jetzt gar nicht angeguckt. Ich drücke jetzt mal hier auf Privat. Nehmen bei einem hier eine Lobby. Gelb, Katz, Gelb. Okay. Go. Einladen. Black Trains, Gussi, Darit, Henry, Schnitzel, Mann und Karsten. Und hier haben wir, muss ich mal gucken, dass das passt mit dem Drücken. Fan Raid, Hikaru, Jena, Miku, Dreena, Sir, Abs. Hier sehe ich schon Glurak, Logok, Entei. Lavados, Flamara. Hier seht ihr Glurak, Regiram, Lavados, Regiram, Ho-Oh, Regiram. Wir können ja aus Spaß mal gucken. Wenn wir Feuer eingeben, nach WP sortiert, was hier überhaupt die meisten hat und was groß und stark ist. Und mir hat letztens jemand einen Trick verraten, ich weiß nicht mehr, wer es war. Wenn ihr auf das Pokémon drauf drückt, nicht kurz tippt, sondern es gedrückt haltet, seht ihr sogar die Attacken, die das hat. Feuerzahn, Hitzekoller, das passt, deswegen nehme ich das hier vorne rein. Feuerwirbel, Flammenwurf, da nehme ich das halt auch mit. Feuerzahn, Hitzekoller, Nehmer, Zack. Feuerzahn, Hitzekoller, Nehmer, was haben wir hier? Stahlflügel, Feuersturm, den nehme ich nicht. Stahlflügel, Feuersturm, Einäschern, Läuterfeuer, das Krypto nehme ich mit. Und hier Andi, der Wanderer, nehme ich auch mit. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass das die besten sind. Das heißt einfach nur, dass ich die WP stärksten habe, die ich gepusht habe. Kann natürlich sein, dass unten einer ist, der hat zwar ein bisschen weniger WP, hat aber an sich bessere Angriffswerte, macht dadurch mehr Schaden. Dadurch hast du im Endeffekt eine bessere Zeit. Eigentlich müssten wir zwölf Leute sein. Ich habe zehn eingeladen. Und zwei bin ich, also zwei Leute fehlen, so wie es ausschaut. Ich weiß jetzt nicht, wer fehlt. Wer fehlt, schreibt es mal in die Kommentare, wer es nicht geschafft hat. Vielleicht sehen wir es am Ende oder vielleicht sehen wir es durch die Interaktion. Wer nicht interagiert hat, dass derjenige gefehlt hat. Ja und jetzt hier drauf, ich muss hier mal gucken. Die haben immer zwei Ladertacken, der hat nur eins. Lass ich hier aber aufs Richtige drücken. Ich glaube, Katagami ist sogar so schwach mit einem Mega Glurak. Und Wetterboost fürs Feuer könnte man, glaube ich, Katagami auch im Solo schaffen. Beziehungsweise, ich glaube, der ist ein bisschen leichter als Genesekt Solo. Ihr seht, guckt mal, wie schnell der hier gefallen ist. Es sind 30 Sekunden vergangen und das Ding ist schon tot. Ich möchte mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich kenne die Pokémon alle nicht. Ich habe keine Ahnung von gar nichts. Ich lerne das eben nur durch Pokémon Go selber kennen. Ich sehe nur das, was ihr gerade seht. Ich muss mir darauf einen Reim machen. 20, 28 habe ich hier bei dem Schnitzelmann und Miku sind auf jeden Fall interagiert. Hier sind auch etliche interagiert. Ich lasse das mal hier durchlaufen. So, gehen wir mal hier drauf. Wir haben 18 Bälle bei dem. 18 Bälle, AR-Modus nervt auch wieder. 20, 94 hat der andere. Das ist deutlich mehr als das. Henry, Nicky, Starläufer, Black Trains, Kampfstar, Carsten, cooler Look, Genaya, letzter Angriff. Das sind die Belohnungen, die es gab. Hier haben wir 19 Bälle, sogar einen Ball mehr. Haben aber deutlich weniger WP. 20, 94 könnte vielleicht sogar ein gutes sein. Das lasse ich mal hier links liegen. Und jetzt geht es ans Fangen. Mal gucken, ob ich es schaffe, einmal einfach fabelhaft zu treffen bei ihm hier. Der ist, wie gesagt, so klein, hat so einen kleinen Kreis, dass man da meistens daneben trifft. Guck mal, das war nicht einfach fabelhaft, das war gar nichts, das war irgendwo hin. Die Entfernung dürfte passen. Gut, der ist drin im ersten Ball, also wenn er sich so leicht fangen lässt, auch wenn man gar nicht trifft, dann ist das mir auch angenehm. Das ist der Bogedex-Eintrag. Das sieht gut aus. So nehmen wir den mit. Jetzt bewerten wir den mal. Gucken uns den an. 12, 10, 11, Röhmhild. Okay, Power-up. Wenn ihr den hochpowert, würde er sogar auf über 4.000 kommen. Also ein 100er kommt ja noch mal ein bisschen mehr als das mit den schlechten EV. Über 4.000 klingt auf jeden Fall gut. Dafür, dass es zwei Pflanzen attacken kann und dann besser wäre als Mega-Bieser-Flor. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Den anderen können wir ja leider nicht machen, weil der nicht bei uns erscheint. Habt ihr schon ein Katagami gemacht? Habt ihr vielleicht ein gutes? Habt ihr Bock heute Abend? 18 Uhr, Rates für Zuschauer. Seid ihr dabei? Schreibt es mal in die Kommentare. Freut ihr euch auf Freitag? Wie gut war euer Katagami? Ich bin raus, ne? Ich bin enttäuscht, aber ich bin raus. Ich hätte gern heute noch Kaguron gemacht als Community-Raid, aber Niantic hat ihn einfach ins andere Stück, in die andere woanders hin. Tschüss, das war's von meiner Seite aus. Peace out for out, euer Ramses. So, ich bin jetzt zu Hause angekommen und der Ahle-Hut ist gerade da. Der will nämlich ganz kurz noch ein Katagami tauschen. Meins war ja gerade richtig schlecht, was ich bekommen habe. Aber, wir sind Glücksfreunde und er hat ja schon gesagt, wir können auch bis heute warten und das erste Katagami, was wir fangen, können wir tauschen im Glückstausch. Vielleicht kommt ja was Gutes bei raus. Jetzt sehe ich auch die 100er-Werte. 21,01 wäre das 100er gewesen. Der andere Account hatte ja 20,96 oder irgendwas. War also kein 100er. Ist auch geflohen, kann ich jetzt dazu sagen. Es ist gerade geflohen. Egal, ich habe es nicht gefangen. Ich weiß nicht. Hier hatte ich Glück, dass es beim ersten Wurf direkt drin war. Bin ja mal gespannt, was das in der Raid Mania am Mittwoch dann ist. 21,01 wäre das 100er. Ein Lucky Trade noch hier drin und gleich den Glückseintrag behandelt. Und wir haben 20,65. Na ja, ist auf jeden Fall besser als davor mit 13,12,14. Aber ist trotzdem, na ja, nichts. Kann eigentlich weg. Ich kann ja mal ihm schreiben. 13,12,14. Vielleicht sagt er mir seins noch. Dann kann ich euch gleich seine Werte. Der ist nämlich gerade auf dem Klo. Wie gut ist deins? Haben wir noch Katagami da? Er hört mich wieder nicht. Moment. Ich sehe aber, er schreibt. Das ist das Typische, wenn ihr mit dem Handy auf dem Klo sitzt. 14,13,12 ist seins. Okay, danke. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann in Peace Out, Vorhaut. Euer Ramses. Jetzt brauchen wir nur noch diesen fetten Eisenklotz. Eisenklotz und dann ist alles super. Hey!